Ja, willkommen, das ist jetzt ein Projekt und ja, ich muss uns leider alle eine machen oder was ist denn da unten? Ich höre was, ich höre was. Wir haben heute in der Schule Projektwoche, deswegen ist es ein Projekt. Nein. Ich glaube so natürlich, widerspricht mir nicht Mensch. Wieso, du wirst gar nicht auf unsere ... Ja, blablabla, blablabla. Nein, das ist so ein Projekt. Es ist ein Projekt wie Chivo und Varro, also bei uns halt einer sieht es mit Farmcraft, weil wir uns ja von den Werten. Wolle ich. Farmcraft heißt es halt, weil ... Sie laufen nicht im Dschungel, wo nehmen. Farmcraft, wo sind die Schweine? Wo sind die Schweine? Ein Farmcraft ist ... Das ist ein Kühe! Also Sachen erfahren halt. Ach so, ja. Ich hab das keine die ganze Zeit ... Ich hab das keine die ganze Zeit verstanden. Ja, wieder mit so einem Zivilfest. Ich werde jetzt wieder hier verliegen, weil wir das zu klein ... kein Wach machen. Ach, das ist das Hobby von ihm. Das ist das einzigste Hobby. Melone! Wenn wir es schaffen, werden auch noch ... Wenn wir es schaffen, werden auch noch ... Wenn wir es schaffen, werden auch noch ... Wenn wir es schaffen, und ja endlich mal sein Kanal richtig und sein nach ... Mit dem Video dann wäre es so, wenn auch bei ihm ... Also, ja ... Hast du noch eine Warfight? Mit du deinem Charme, ne? Ja, ja. 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 Kann ich mir noch mal ... Ja, ich komm rüber. Ja, ich muss mich kurz ein bisschen beschleunigen. Die Farmcraft, die wissen. Ja. Die sehen so aus wie die Monster, meint. Also, Farmcraft, ja. Für jedenfalls sind alle Monster ... Ich würd sagen, ne? Ich grabe mich jetzt einfach mal nach hier unten. Die sehen so aus wie die Monster, meint. aber so dass er eine Treppe hat also es läuft so es gibt auch so einen richtigen Horror der Bröder meistens die Ferne hier zu äh 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 Anderman eigentlich glaube ich okay wo ich nicht mit dem Horror hab das ist ja du doch hast du mal von Alpladi gekannt? den Mythos? jaa aber uh hab ich gedacht was meinst du wo er ich gekappt so der sieht jetzt nicht ja oh da hab ich gesagt da ich lebe also ich mein jetzt was ist das denn? hast du Kohle? hast du Kohle? das war ja der kleine Bruder von Schlendern du hast doch hier Kohler mal boh boh oder nicht? ja hättest du auch aufstellen können ne? hast du nicht dran nach Kohle? ne ja ich bin auch verstandbar ja ich hab die aber wir sind hier gerade so im Dschungel das kommt mit alle obwohl das doch im Dschungel bleiben ich finde da irgendwie geil hier so ein Baumhausbauern ich bin ja auch ein bisschen weil ich möchte mir dann auch ein Riesen das wir drehen jetzt mal den Film ja vor dem Dschungel aber ja ne und ja wir sind hier hier kann mehrheitlich die alle das ist die neun klar kann die DALU Karte an der Karte ich bin einfach mal der Mowgli und er ist einfach mal die Katze da oder Neu, du bist du bist dieser Acht warum zu schaute bin ich bei Lu, weil ich die richtige Figur dafür habe oder was ich habe gehört also fast so ein bisschen wie Ballou in der Aufmerksamkeit aber Ballou ist langweilig er ist nicht langweilig ok dann bist du irgendwie dieser Affen ey ich will jetzt mal Eise finden also der schleimt jetzt nur so rum weil die Kamera da ist sobald die Kamera aus ist bin ich wieder ein Affen du bist jetzt die du bist jetzt die die Sakon um die Affen sind Affenkönig das ist ja auch egal es ist halt Frankfurt es ist nur so nein du hast keine aber ich muss mich kurz tappen kannst du mich kurz zu dir tappen hier im Summen ist es heißer als immer ich hätte Disconnect einfach sieht man manche heißen Rout hier im Summen ist es manchmal manche hart wo ist jeder Tag dein neues Abenteuer mein Virus Partizip weißt du das aber komm erste Folge da 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 darf man das machen aber sonst aber sonst will ich mein OP-OP-Recht nicht mehr aussuchen hier jetzt zur machen wir mit mit der Strafe auf einmal mit dem Paddel auf dem Po vorzeigen Schwung 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 ein 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 da haben wir aber wirklich alles mögliche machen damit die 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 sie was bringt das hier ich bin abgehauen ich gehe rumlaufen ein kleiner Strand ich mach schnell einen kleinen ich mach kurz einen kleinen so süß ja wieder da das möchte ich ausschneiden, den ich beigen kann, weil ich war gerade auf meinem gestern, das war nicht so gut so egal ich möchte jetzt ausschneiden, ich möchte eher so ein bisschen was schneiden, was ich irgendwie nicht ins Videoraum möchte ja, ich habe gerade ihn hier verloren also genau dafür ist das schneiden ja auch da besonders hier, wo man so richtig überlegen muss, was man gesagt hat da kann man auch auch schneiden ja, das finde ich auch gut eigentlich wirst du mehr als du, oder? ok, lass, lass, lass er ist fast tot jawoll nein, bitte lass, lass das spring ins Wasser, dann bin ich zufrieden weiter, worauf ich schwimme raus und er tränkt dich rum soll ich, nein, nein, ich tränke mich aber ich bin so schlecht, alter und er meint schon gar nicht ich ich glaube, ich muss also ich kann es mal kurz machen äh 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 okay, aber sonst keine wie sag ich das sonst mach ich jetzt jetzt benutze ich mein OP-P-P-Richt nicht mehr ja, aber solange wir noch keine Dips haben nicht zum Porten, zum gar nichts okay alles klar ich hab 27 Leitern, ich baue ihn jetzt erstmal nur los she Lea Leila Okay, darf ich schon mal wo wir fahr' haupa aus es ein bisschen komisch sag mal tradicional du hast ihn oh ob er welchen weil ich möchte es den ich hab gerade übrigens, ich hab gerade einen kleinen Cut gemacht, auf dem Grund, dass ich äh, wie heißt das? Pilze auf dem Baum! Jawoll! Aus dem Grund, dass ich mir, äh, Dings machen wollte Stikis Hast du Stikis? Töööö, ja, zeigte Toma, und ich gehe kurz rüber Ah ja, deswegen hab ich auch gerade den Cut gemacht, weil ich jetzt den Swag-Stack-Fack drin hab Ich gehe kurz ein bisschen Holzfack und seit wann gilt das Orang und Gelbe und Die wachsen noch Ich glaube, Orange ist schon fertig Nein, Braun, denn diese dicken Braun sind immer fertig Soll ich denn jetzt machen? Ich wohl gerade Stikis, ah ja, genau Wir bleiben jetzt hier wohnen, also Hoffe ich auch, weil Auf dem PvP-Stack-Fack von mein Michi? Das ist mal schon zu weit Das ist mal schon zu weit Das war schon ein bisschen, äh, zu sehr, zu, zu aufgezogen, nach meiner Meinung Von Schluch zu Schluch, dann wieder die Überfläche Kohle! Ja, du hast Kohle, das ist gut Komm zu mir! Kannst du mitfahren Ja, wir müssen so Das überlebst du noch, wenn du runter springst Das überlebst du noch, wenn du runter springst Ja, das ist aber nicht gerade sauber, ne, dann bist du schon direkt, der Schwester Das ist ein, ach so das Die sind voll die Bakterien hier drin Das sind so Komm runter, den Sprung überlebst du wieder Diese Bakterien? Einfach nur Julian, ey Du steh'n Wegen diesem Typ, da wär's mal Ach, ich schmeiß' das einfach aus Du! LUNA! LUNA! Wie das jetzt aussah auf LUNA! 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 Daniel, das war's, jetzt war's ja die Lolle Komm, scheiß' mal Ich bin damit eh nicht mehr Ich mein, ich war auch LUNA Guck mal, guck mal, kannst du dir in den Augen, wenn du weißt? LUNA! 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 Ich muss gut mal obsoletieren LUNA! Hä, ich steh auf dem gleichen Block also LUNA! Hintag ich wen Müller 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 Ja, wer hat das gemacht? Nein, nein, nicht zu bauen, nicht zu bauen. Ich habe nur eine Truhe hingesetzt. Für unser Ding. Ich habe kurz etwas getan. Was denn? Warum ist hier komisches... Ich möchte hier eine kleine Beicherung machen. Nein, wir machen hier die Farbe. Okay. Ich geh jetzt noch mal ein bisschen Holz holen, weil dann brauch ich so ein kleines Unterhaus. Also zuwälligerweise nur Erde füge. Kleine Unter... Unterkunft. Weil so Kürbisse oder so was finden müssen, ne? Die ist sehr grüßig. Die Ölbisse findet man in die Büsse. Auf den Price Minimap, das hat eigentlich keinen Weg. Ich dachte, da wäre da irgendwie so ein Pie gewesen. Ich habe eine Höhle gefunden. Ich baue hier einfach nur unten. Ich fahre mich zu Holz ab. Walalalalalala. Ja. Weil nämlich, ich fahre mich zu Holz ab. Walalalalalalala. Weil nämlich, ich fahre mich zu Holz ab. Walalalalalalala. Ich fahre wieder Wespe und Leute. Ich fahre jetzt mit oben so. Ja. Ja. Wenn man dann schon mal ist, kann man direkt mal sanken. Und wir bauen... Können wir... Können wir zu uns eine kleine Insolid? Ich hoffe, wir bleiben wirklich hier. Aber ich baue aus Baumhaus, ja? Ich wollte jetzt eigentlich kein Baumhaus bauen. Ich baue aus. Ich baue aus. Ich baue aus. Ja. Jo. Ich baue aus. Ich baue aus. Ich baue aus. Ist auch nicht. Ja. Ich baue aus. es war schwer als ich weiß ich habe nicht zufrieden wie die Kinder die Menschen dort da ein Leben ist nicht in die Hakan überhaupt nicht überhaupt nicht so verdienen die ja ich meine die Leute darauf die andere von den Kindern die Arme es gibt er kommt an der Sankt das ist das sollte die Erwanderung die meinst du es ist ein ja dann sind wir ja stehen jetzt das künftig weil das so ein bisschen so ein bisschen gestalten so nahe man sich kakaobohlen nicht und 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 es gibt es kann man ja auch mal sein Ich kann doch selber als Platinum auch einfügen, äh, ich heiße das, äh, Timbermots, oder? Timbermots, oder? Na, glaub ich nicht. Ach, zwar nicht. Da bin ich dann ein bisschen... Ah, ne, mit dem Jungen muss man ja anders aufpassen, ne? Die brauchen auch Wasser aus den Blocken, wo die sind. Also, im festen Block, ne? Ja, im festen Block. Kein Farmland, damit ich da drauf drauf bin. Ja, so. Dann mache ich hier noch eins hin? So, ich hab jetzt wieder vier, findest du. So, jetzt kann die Kümmel weg. Was kann man noch mal aus Kakaobohnen so machen? Die kannst du am Dschungelherz anpflanzen. Ja, und was bringen die dann noch mal? Und was macht die? Schokolade kann man da raus machen. Ja. Und Cookies. Ja, Cookies, stimmt, stimmt. Die bringen nicht viel Essen. Egal. Hauptsache, wir haben das hier. Ich baue jetzt hier so ne kleine Farmbrücke. Ja, die muss man da einfach nur so dran setzen. Die brauchen nur das Tropenholz, um zu brauchen. Ja, da? Ja. Ich hab genau elf Stück oder so aufgebraucht. Nein, genau zwölf. Genau zwölf. Ach, mal guck, ich hab das Gefühl. Oh ne, du. Hm. Hab ich noch ein bisschen Tropenholz. Werde ich... Ach, hier ist jetzt noch Tropenholz. Darf ich das nehmen? Fang halt das Baumhaus an. Nee, du fängst das Baumhaus an. Ich fang jetzt ne Brücke an. Du brauch ganz, ganz viel Holz übrigens. Ja, ich brauche jetzt gerade ne Brücke. Die rüber geht. Damit wir auch immer... So war auch schöner so. Aber es ist eigentlich einfach nur ne Brücke. Äh, zu der Hinsel willst du verbinden? Nein. Ich dachte zu der. Ich wollte die zu der hier verbinden, damit wir Holz fahren können. Bring mir Holz mit. Darf ich die erstmal bauen? Ja, ich hab das auch aufgenommen, weil ich einen kleinen Griller gemacht hab. Und ich hab jetzt einen Block Holz verständet hat. Aber wir könnten es leisten. So. Hast du auch einen Weg nach oben gebaut, mit Leitern oder Rampen oder so? Weg? Ja. Ich hab Leitern, guck. Okay, dann ist ja gut. Um die Farm steht schon mal nicht schlecht. Damian? Hier, warte ich jetzt mal ein bisschen heute. Guck mal hier, komm mal hier, komm mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Ja, Schwierigkeitsgrad hat du so auf friedlich? Ich hab auf normal so gestellt. Ich würd schon sagen. Warum bekommen wir keinen Hunger? Stell du mal auf normal, natürlich. Ich hab grad auf einfach. So. Normal. Weil über den Server Einstellungen hab ich mich einfach friedlich gestellt. Irgendwas. Irgendwas. Wir wären auch normal. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Wieso, wenn du gucken willst, ich glaube, hat das... Hm? Vielleicht hab ich nicht mit ihr Holz erfahrt. Du brauchst Tropenholz, ne? Ich brauch aber jetzt ganze Stämme, also nicht verarbeiten, ne? Hä? Dann nehmen wir jetzt was mit. Hier könnte ich was Gutes... Oh, ich bräuchte ganz dringend Eisen, Julian. Aber... Dieses Serument, ne? Im Moment will ich sagen, Julian. Oh, Eisen. Ich hab mir dann auch zu der... Ich kann's ja raus, dass er hier so aufschneidet. Wenn wir aus vorsehen irgendwelche Namen sagen, dann werden wir die rausschneiden und mich nicht wundern, wenn irgendwann noch einer... Ich brauch ganz dringend Eisen. So... Ich bin doch Haust Eisen. Fitt mich einfach. Doch, nicht. Das sind solche Sachen. Nein, das ist doch so. Du weißt gar nicht, wie oft ich das schon tun wollte. Aber ich droppe dann... Ich bin kein Eisen, ey, ohne Witz. Den soll ich nur achten, weiß ich. Also ich hab... also... So mega lange könnte es jetzt eigentlich gar nicht dauern. Ich muss nur gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft. 19 Minuten. Machen wir einfach mal 21 Minuten Folge raus. Ne? Machen wir immer so bis 20 Minuten. Also ich hab's mal geschafft in... in einer halben Stunde eine komplette... also Rüstung mit dir und dir. Wenn du Videos hochladen bist, die... die länger sind als hier die 15 Minuten, so... dann musst du da einfach mal was einstellen. Damit du einfach was kannst. Mhm. Also weil das normalerweise nur... ich hab mir so... YouTube-Partner vorgegeben ist. Aber... ich hab... wenn man das beschädigt, hier... Was mein YouTube-Partner ist. Nein, nein, nein. Also wenn man... Erzähl, erzähl's mir gleich einfach. Also du erzähl mir gleich einfach. Ich weiß nicht, ja. Und es wird dunkel. Hast du jetzt auf normal? Ja, das bringt... Äh. Nee, das bringt uns wenn ich das auf normal machen. Du musst das, wenn... Du musst dann die die Kultur, die eben normal machen. Ja, du musst das in ein Schiller gehen damit das geht. Die, die, die normal... Weil ich hab das normalerweise auch auf normal gesetzt in den Zerberinstellungen in den Zerberinstellungen, wenn man jetzt aber auch nicht richtig auf normal... Ich gute, die normal... Also man muss ja eigentlich nur beschädigen, da hast du hier so ein Konto, mit dem du die Videos hochladen willst, sind die wirklich geil, das ist. Also sozusagen das Wort bereitet. Wie geht das? Ja, hier, also da musst du auch, also da musst du auch, also so Einstrengungen, eher auf die Brücke. Warum es liefst du über die Brücke? Oh, ich sehe dich da. Also muss man da, glaube ich, dein Passwort und deine Sybil-Adresse eingeben und dann... Oh, das habe ich alles hier irgendwo draufstehen. Ich glaube, das ist so offen, wenn ich immer hier drüber mache. Ich habe dann hier... Ach, hier! Wo brauchst du das hier? Also einfach... Hier! Hier steht alles drauf. Tja... Hast du ein bisschen Kohle? Also bekomme ich so ungefähr vier Kohle... Eine Kohle vor euch nur. Grat, viel. Schon wirklich viel. Ist mir geil! Dann musst du halt eigentlich nur noch verzwicken und dann, hier kannst du Videos hier so hochladen. Ich gehe auch länger als trotzdem. Ich sehe euch jetzt mal so ein bisschen aus. Wollte ich gerade auch machen. Ich wollte mir gerade fucking craften. Willst du dann... Soll ich dann... Willst du dann meine Fakustelle? Soll ich dann... Willst du dann... Kann ich dann... Soll ich dann jetzt mal hier oben auch ausdrücken? Ja, du sollst du dann... Willst du dann... Willst du viel... Oder willst du das mit Tropenholz? Dann ist dann blau... Und blau... Wie glaubst du denn? Ich hab 19. Nur? Ja. Kannst du dann noch ein paar fahren? Ja, kann ich. Und hier ist noch ein bisschen Eichenholz drin. Ne, du brauchst Tropenholz, ne? Ich gehe mal ein bisschen erfahren. Ja. So. Sagen wir in den Sonnstag... Lala... 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 Ach so, wenn du sollst... Also... Lala... 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 Jo, ich hab's gewusst. Nur ein bisschen... Ne, töte die Tür, die wir brauchen noch mehr. Stimmt. Warte. Ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Oh mein Gott. Einzacken verzaukelt. Und dann war diese Ball alle gleich auskommen. Nein, Hilfe, Hilfe. Ein Schuss. Oh, müssen wir müssen müssen. Dann... 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 Komm einfach so von hinten und... Und... Ich hab's gekürtet. Ich hab einen Fall. Ich hab... Ich hab einen Bogen und einen Fall. Das ist von mir. Das ist von mir. Der trägt einfach eine Unterhose bei mir nur. Mehr nicht. Warte, ich möchte... Gib mir das Knochen. Gib mir den Knochen bitte. Gib mir den Knochen bitte. Gib mir den Knochen. Ja? Ja? Ja. Also... Auf meinem alten PC hast du das nicht? Schon. Deswegen hab ich mir da vorhin gesagt, okay, hier bin ich... Also mach ich das mal. Nieses Kommentar. Habt ihr gerade nicht zu? Auf so einer bestimmten Seite... Also da gibt's doch... Also solche zusammenfassenden... Also... Du hast... Du hast jetzt keinen Kommentar dazu. Ununtergeschrieben, sondern selber drauf gesprochen oder so. Ja. Cool. Achja, das haben wir dann nicht gesagt. Wir sind Brot- und was-essen-Fans. Aber... Jeder steht zu seinem eigenen Verein. Also... Es stört mich jetzt, wenn ich am ehrlich bin. Es stört mich nicht. Wenn jetzt ein... Und was überall um den Fan zuguckt. Ja, Reus, Reus war. Nein, aber... Jeder sein... Der Justus ist zum Beispiel Scheiße-Fan, wenn wir uns auch noch stören. Nee, also... Mir stört's nicht. Weil er nervt mich, wenn ich nicht damit will. Blown, weißt du, wie lange oder so. Das find ich doch gut. Da könnte ich ihm gleich eine Belohnung geben. Oh ja, Justus, Justus, ich bin stupid. Ich weiß eigentlich doch. Damian, ich hab ihm das Geschenk gedacht. Warum sagst du zu mir Damian? Weil so die Belohnung was auch ich gar nicht wissen, ne? Nein, komm, war Spaß. Ich heiße Damian, aber er heißt nicht Julian, so. Ja. Das ist ja... Das ist ja... Okay. Ich heiße Legis. Ist mir egal. Ich mach's später auf meinem... Ich mach mir ja später auch einen Zweitkanal. Den halben... Ich nehm mal... Golem live! Gib mir Blöcke, gib mir Blöcke! Ja, ich hab hier für dich 31 von den Kindern... Soll ich hier das grad, dieses Gras natürlich... Einmal, ob du an uns dann normal... Mal ich total gerne solche Spiele kommentieren. Ja, haben wir gemerkt. Als ich so ein bisschen, also Freunde rumpelt bei mir waren, da haben wir jetzt einen Tiefi-Tiefi-Tiefi-Tiefi-Tiefi-Tiefi gemacht. Und er hat immer... äh... kommentiert. Wie zum Beispiel mit Bremen. Hat er dann irgendwie so gemacht. Marco ist Marien. Und dann hat er gemacht... Marco ist Marien. Äh... Richtiger Junge. Du kannst ja gar nicht mehr kennenlernen. Luca Friabolski. Ich hasse mich dafür. Damian, du bekommst noch ein paar Stämme. Normalerweise heißt der Marco, aber... Ja, man macht die Schmack. Ich mag es nicht mehr an. Danke, dass ich ein paar Stämme bekomme, die muss ich aber leider alle verarbeiten. Über Luhal. Wann macht die denn die ganze Zeit? Das ist übrigens ein Hund. Ja. Ja, wer... Ist die kühne Luhal. Die altseiztreue. Die immer nette Luhal. Die war schon so nett zu uns. Die hat uns... Schon so... Schon so... Schon so... Schon so... Zum Glück ist das eine schwarze Ohne keine schwarze Katze. Die ist aber... Die ist aber... Das ist keine Katze. Äh... Das ist kein... Die ist nicht schwarz. Die ist braun. Die kreit nur so aus, weil es so gerade dunkel ist. Stimmt eigentlich, ne? Ich mach nur mal schnell einen Katz. Ja, wir haben... Ey, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Nö. Wir haben alles aus den Augen verloren. Und deswegen nehmen wir jetzt schon 28 Minuten auf. Deswegen... Wir haben viel erlebt. Und bis zur nächsten Folge. Äh...